Sind's euch auch nicht schlecht, ich treff halt mal nichts. Naja, ich bin... Schaubammel. Aufi. Sind's wieder alle nicht bereit? Das erinnert mich so ein wenig an DayZ damals. Jaja, ist echt so. Nur halt das Schnelle, wie es damals war, ist halt echt schon total beschäbig lang rumgebildet. Wildnis und die Pampa und so. Mhm. Oh, ist das süß, ist das nicht süß? Also so ganz beschissen schön ist das nicht mehr und mehr. Ich glaube, wenn du da wirklich als Vierer-Team dann so zusammenspielst und so richtig alles... Nur das mit dem Baum finde ich irgendwie kacke. Na. Bitte so. Wo, 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 wo gehen wir denn raus? Äh, warte mal, los, los, so. Die IP-Strategie. Hier bei Moistie Meyer. Da geht die Hände. Da, na, 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 na. Na, 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 na,那, na. Das ist Scheiße. Der Jahrzehnt. Wir, wo jetzt? Da, oder? Da, oder? Hallender Stoff. Da, 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 doch. Professor. Das ist ja ewig weit weg. Noch mehr. Alta 91 Prozenter pressures. leid sind und von dessen Prozent das ist also hier ist auf jeden Fall zum Minimum eine andere Person zwei einer ist hier im zweiten Haus ja da gehört drei und eins uns Marvin du bist bei mir wir gehen infiltrieren nach das zweite Haus wenn wir hier gelootet haben ja ich muss erstmal hier mit Waffe mit dem Bissern hey ich hab irgendwas episches ein Schlürftrank oder so ja Schlürftrank das ist nicht episch das ist lila was bringt mir das da war es die dringste Punkt der 25 und 25 Junge es wüsste wirklich nix ich denke das ist eine Ahnung ob es von der dringend wäre Kevin fasche ich auf dich geschossen ja Achtung bei mir ist zweier Team Arme Hits tot eliminiert also äh niedergestreckt eliminiert Junge der hört viel aus komm doch her mein Schätzchen ähm ja eliminiert passt da hat auf jeden Fall mal den Eich erworfen in Gold episch am Arsch episch erworfen komm ich gar nicht zu denen rüber wegen dem scheiß Dings hier na bauen ah da fehlt mir wieder Zeug dafür ha ich bescheh, ich bescheh, ich bescheh, ich bescheh, Digga mein Schwitzer-Skin hallo boah von wo boah ach geil ach geil fuck bleib doch mein Schätzchen jasper mein Mausrat funktioniert nicht mehr, ich hab ne Mausrat ok, ich bin Schlitzerskin und ich verkack was hat die bitte für Waffen? was auf drei Formen ist jetzt egal, wo man stirbt da trassen 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 hinter dieser ja da er ist dort am Fosse schaffst es Dr. Domen da kommt ne Läufer Nimm den Hals, den kipp den Hals, BUSCH 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 BUSCH, DU ABSTAUB, DU ABSTAUB, DU ABSTAUB, DU ABSTAUB! Entspann dich, entspann dich! Kannst du den jetzt nicht killst? Äh, Granaten! Ah, schade! So, auch unten geht's jetzt raus. Aber der schwitzt jetzt so richtig. So, alle mal bereit. Alle mal! Tauen sie noch bei euch oder nicht mehr? Ähm, keine Ahnung. Hey Marvin, wo bist du? Nimm, ich bin raus. Ich hab gesagt, da ist mein letztes. Hast du gar nicht? Doch. Oh, ja, mein Herz ist bei mir. Achso, jetzt hab ich das nicht mehr. Das mal bereit, bitte. Ich hab noch mal 10 Minuten. Die letzten 10 Minuten. Bumm. Komm, dann machen wir noch eine Runde, Hansi. So. Für mich, die Letzteren. Da können sie erst du machen. Das Herz geht sie los. Ich brauch eh noch ein paar Minuten für die Folge, um die voll zu machen. Ich schwitze immer so richtig. Hansi, ich... Ich bin immer auf. Jo, tschosen. Tschö, tschö. Und ich hab einen getroffen. Hansi, ich glaub, das wär früher auch ne lustiges Spiel gewesen mit Philipp und so. Ja, ja, das stimmt. Oder mit Gottsgang. Hey Junge, ich hab Bahngepols getroffen. Ähm, wo geht das sowieso, oder? Ähm, na, ja, na, na, na. Ähm, na, lass... 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 Äh, wo ist denn... Wo ist denn die Stadt nochmal? Warte, nein, nicht da. Ja... Na... Lass... Ich bringe jetzt einfach... Lass... 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 Zuck für ein laundry... Ich hab jetzt zwei Heiße da. Ah, aber noch muss mit. Eine, eine kommt mit! Eine kommt mit! Äh.... Schuh... comi... 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 Du bist du denn... Ja, da! Siehst du du? Da! Ja, kommt doch... Ich gehoffte ich aus. Ich geh auf das los. Bist du jetzt bei mir? Bööööö. Ah da passt. Bei allein ist es auch nicht gut. Super, Kisten! Ich denke super keine Kisten, so mal schlürftig. Nimm meinen Munni und hol zu. Ah ich habe eine mini-gun ne full. Scheiß drauf, du kannst weg da. Das dient nur das, was du zerstörst. Gar nicht gut für BVB. Oh, nur mein Grund. Jetzt ist eigentlich mal das du, oder nicht? Ja oder nein? Was? Ich hab dreimal die Sturmgewehr in ungewöhnlich. Nehme mit. Dreimal Sturmgewehr in ungewöhnlich. Mir ist ja irgendwo ein Gegner und ich hab Angst. Wo ist denn der hat sie? Ah, da. Oh, Minigang okay. Brauchst ein Sturmgewehr? Ja, ich hab eins. Ich hab drei. Schützer-Modus activated. Ich kann... Wann eine, wann eine Nachlone muss kein Wechseln zur dritten. Wann eine... Wann die... Wann die zweite... Wann die zweite Laie ist kein zu der dritten Wechseln. Schau mal. Ah Hansi, ich bin hier oben. Nein. Achtung, es sind irgendwo überall Gegner. Ich hör ganze Geräusche. Schön. So lass mal... Lass mal... Lass mal... Feuer aggressiv spielen. Ich muss in... 5 Minuten... Mh... Oh! Wann haben wir da Feuer? Weg! Ich darf ihn nicht sagen, du bist der Leif. Äh, bei mir ein We. Bei mir ein We. Bei mir ein We. Also wo ich hier schau. Pass auf! Pass auf! Pass auf! Wo ist ein Gegner? Siehst du, ist irgendwo ein Gegner? Mh... Ja, gar nicht. Ja, bei mir ist einer. Irgendwo. Da! 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 Nein! Ich schau! Komm mit! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Uhuhuhu! Oden! Da! Hier! Hier! Auf der anderen Seite! Bitte! Fick! Weiß los! Oh! Mein Lieblings-Woffen! Oh! Junge! Geh doch weg! Ja, super! Wo ist er denn? Wo ist er? Fuck! Ich hab kein Leben! Hinter uns, glaub ich. Ist da auch jemand? Na, vor uns! Ich hab kein Leben, Jungs! Hat irgendwer verpennte oder so? Nö! Nö! Ich hab noch gar nichts außer mit einem Pumpgun! Wünscht noch sechs Schuss! Fuck! Fuck! Ich hab kein Leben! Oden! Pass auf! Bei dir kommt der dann! Ich hab kein Leben! Gar nichts! Gar nichts am Leben! Gar nichts! Fuck! Überall Schritte! Ja, bei dir aber ich kann ja jetzt nicht aussehen! Ja, alles gut, alles gut, alles gut! Ich bin gut versteckt, mich können sie jetzt nicht erwischen grad! Ja, mich auch nicht, weil ich bin grad in so einem Hafenberg! Ich muss wieder weg rein! Ich muss wieder weg rein! Da sind sie! Was hat der für den Lagner? Fuck, ich kann das noch mal reparieren! Pass auf! Ja, schön! Wann der Dinger hat! Wann der Dinger hat! Wann der Dinger hat! Wann der Dinger hat! Fuck, komm bitte! Ich sag's damit noch! Boah, ich hab jetzt zwei epische Waffen! Wuhuu! Sicher! Weiß ich! Ich hab keine Ahnung, wie die heißen! Ja, schau halt! In Alt und dann kannst du draufklicken und dann siehst du's! Boah, ich hab jetzt so wenig Kleben noch immer! Pass auf! Äh, SW, 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 SW! Nö, ein Stummgewehr und eine Handkanone! Hinter wer? Hinter dir! Du da! Da, da! Hinter dir! Ist das? Du musst draufschießen, ich kann nicht! Was heißt denn SW? Ja... Südwest wahrscheinlich! Ja, genau! Bam, einmal getroffen! Nicht mit der besten Waffe natürlich! Komm, komm, komm da rein! Oh fuck! Fuck, ich hab verkackt! Fuck, ich hab verkackt! Oh, ich hab schon wieder verkackt! Äh, die wollen uns stürmen! Du schliii! Die hast du das ja, weil du ein Loch gebaut! Ähhh, bitte, komm her! Du bist der einzige, was uns helfen! Wetten! 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 Betten! Achtung, 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 oben in meiner Base, wo meine Base war. Ich habe keine Ahnung, wo deine Base war. Nein! Wer hat mich jetzt getroffen? Ach, da oben war ich nochmal zwei. Auch unten geht's hinaus. So schnell sind wir in den Licht bereiten. Alle mal warnt das kleine Lobes und bitte bereit, bitte, bitte, bitte. Geh so das raus? Ich höre Internet, das gar nicht so extrem schnurkrot. Oder? Oh, bitte, 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 bitte. Oh, bitte, bitte, bitte. Ich wollte gerade sagen, warum ist das hier mit den Lodeputchen? Ähm. Wir flinken da hin, oder? Wir kämen von... Wir sind. Wir flinken da hin, oder? So... Kann ja gleich Beat Buxen von euch, oder keiner. Ne. Ich kanns ganz bene. Ehm, denn bei mir is... das mit Knudsi beschneihert. Wo springst du so von Aussa? Das is der, woh ik bei uns is. Bet долchst streamline. Das ist die Fabrik, fuck, lass, 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 ich... Oh.. Was ist denn so? Sind sie, sind sie... Er ist ein Teil, jetzt... Uuuuh, ich äh... irgendwo hier... Oh... ich habe überhaupt kaum aufmarsen mit komischer also eine komische und der zahle ist einmal schön die juckt zum Ort Prozent schritt nur so was überdrunden wenn er will gut das ist es ist bis dahin doch doch keine Woffensort war nicht mehr im Ausgarten und was und jetzt aber die und dann ja das ist ja so wohl wohl das sieger Boah, ich wollt grad sagen, da ist einer, aber wer war das wieder am Buscht? Oh ne! Oh, da ist glaub' ich einer, da ist irgendwo einer. Gell, ich sag's euch nur. Mhm. Na, ich hab einen schießen gehabt, einmal so. Dann hat den, glaub' ich. Oh, sie abusen kann ich auch nicht, weil wir dann ziehen. Dann kennen wir den halt. Irgendwo ist da einer, irgendwo. Ich kenn den schon. Verstecken und schießen und dann knallen's. Oh. Ja, ich muss jetzt aufhören. Jo. Während darum müssen wir schon immer wieder nicht sehr klar was. Hansi, ich rocke da schon. Ja, Mann, wir gewinnen das. Ach, dann haben sie bei mir. Hier irgendwo war ein Schuss. Hier bei dir. Hm. User in your channel timed out. Ja. Oder? Hä? Was ist los? Ich glaub schon. Ich weiß nicht, was Marvin gegen das Spiel so hart so hart hat. Also, am Anfang fand ich's auch echt kacke, aber... Ja. Ja, aber Marvin ist halt schon wieder das Problem. Ich glaub, der blickt, schwebt dann tief nicht. Ja, ich glaub... Ich glaub, der denkt, es geht mehr ums Bauen, als ums Überleben. Ja. Anstatt erst mal Waffen zu suchen, fängt der erst mal an, alles abzubauen, damit er genug Materialien hat. Hm. Ja? Ja, irgendwie. Ach so, der schwingt ihn. Ja. Ich kann nicht durch die Schaukel laufen. Ja, ich kann nicht durch die Schaukel laufen. Oh man. Ja, ich kann nicht durch die Schaukel laufen. Ja. Ja. Gucken wir uns mal die zwei Häuser da oben an, oder? Ich glaube die sind Retail Raw, das sind wahrscheinlich eh alle. Naja, ich find's nicht so geil auch, direkt in die Städte zu gehen. Lieber nehm ich bisschen schlechtere Waffen, aber dafür hab ich meine Ruhe am Anfang. Weiß auch nix, wenn du irgendwie dann direkt in die Stadt gehst und das geil Wut hat. So, dann ist man halt recht still und da ist auch nix dran. Ah, ja. Bambini. Boah, eine epische Armbrust. Bambini. Und irgendwann schon wieder Schüsse. Also ist nochmal besser blau oder grün? Äh, ich glaub blau. Blau ist nämlich selten grün, ist nur ungewöhnlich. Wach. 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 Ich finde die Arm muss ja schon geil, aber darf halt nicht zu weit weg sein Da oben, in die Stadt läuft jetzt einer rein Da links, da aufs Dach, auf das gelbe Dach Ich sehe, äh, doch, ich sehe ihn, aber ich kann halt nie was so weit schieben Ich glaube, das brauche ich selbst mit Armbrust nicht probieren Keine Chance, weit Der ist jetzt unten, unten im Gebäude, unten, ja, da Der kämpft gerade gegen ihn anders Naja, ich sehe es, ich will uns noch ein bisschen weiter vorbohren Wir bewegen uns einfach überall, das Ding Ich habe keine Materialien mehr, okay? Das stimmt, mehr kann ich nicht bohren Der kommt, der kommt, der kommt, oh, der kommt Hab ihn Einen Schuss, nein Fuck, alter, oh fuck Nein Ich bin echt tot Fuck, du schießt auf Fuck Aber ich habe ihn erwischt mit einem Schuss Boom, motherfucker Oh, der Snipe Ich bin echt tot Ich bin echt tot